Du weißt, dass ich Sean geliebt habe. Das weißt du. So sehr. Ich habe so lange gebraucht, aber ich komme nicht darüber hinweg. Ich kann nicht. Zu viele Erinnerungen. Ich sehe ein, dass es sich verrückt anhört. Ich habe jemanden kennengelernt, der anscheinend Sean ist. Soll das heißen, dieser zehnjährige Junge sagt, er sei dein verstorbener Mann? Er hat gesagt, ich bin's Sean. Was soll ich davon halten? Er ist wieder da. Was willst du? Du machst einen großen Fehler, wenn du Joseph heiratest. Ein Junge, der so groß ist, will meine Verlobte heiraten. Du tust mir weh. Lass mich in Frieden. Von jetzt an sagen wir die Wahrheit. Was willst du wissen? Wo traf Sean, Anna? Wir haben uns am Strand kennengelernt. Wir haben an 30 Tagen 30 Mal geheiratet. Woher weißt du, was du weißt? Ich bin Sean. Du kannst nicht behaupten, du bist jemand, der du nicht bist. Was machst du? Ich sehe meine Frau an. Das ist Wahnsinn. Ich will mich nicht nochmal in Sean verlieben. Und genau das passiert jetzt. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Jeder kann denken, was er will. Ich bin der, der ich behaupte zu sein. Geh weg, geh weg. Frag Anna, wen sie mehr liebt. Mich oder Joseph. Er hat meinen Stuhl weggestoßen. Na los. Frag sie. Die Stuhl. Danke. Deswegenutet ich ja Sachen.